Der rechte Flügel des Eres eröffnete die neue Offensive von Amiens aus. Er schießt längs der Küste gegen die untere Zähne gegen Roi und La Hava vor. Er eröffnete die neue Offensive von Amiens aus. Er schießt längs der Küste gegen die untere Zähne gegen Roi und La Hava vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Traspecte, roh, halle, lili, hollein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020